Ich brauche mir keine basteln. Alles mitnehmen. My friends. Alter, das hat ordentlich gescheppert. Ja. Das tat auch ganz schön weh. Ich würde mal sagen, du kommst mal hier raus. Und hier ist direkt der nächste Spawner. Machen das einfach mal zur Sicherheit. Und ein bisschen zu. Weiß nicht. Wo ist der nächste? Hier. Nur kein Problem. Proposal. Oh, Eisen. Und? Ein goldener Rosshanisch. Ein goldener Apfel. Sehr viele Knochen. Ach ja. Ich habe mit Weizen draufgehauen. Perfekt. So, wir gehen auf Nummer sicher. Ja, meine Axt hat zerlegt. Stopp. Oh, aber hier ist er noch. Was ist hier unten? Zwei Spawner, alter. Äh. Wo bist du hin? Ich dachte, das meintest du mit unten. Oh. Hallo. Nee, hi. Ich habe keine Schaufel, das ist ein bisschen blöd. Ich habe eine Schaufel. Dann kieseln sie sich los. Okay. Also. Nee, dann gehen wir halt darunter. Dann guck mal nach. Ja, das ist schon. Kommen wir sowieso wieder hoch? Ja, so kommen wir wieder hoch. Einmal Fillsetzung oder Natutes? Ich glaube, das sollten wir verstehen. Ja, sogar eben. Warte, ich habe noch was. So. Perfekt. Ganz viele Fangen. Ja, ich habe jetzt auch wieder. Oh, ah, nee. Okay. Äh, ist aber nicht schlimm. Ja, ich habe auch schon ein bisschen eingesammelt. Oh, hier ist Eisen. Plupp. Es ist zwar nicht besser als Eisen, aber immerhin. Kann man einen Gold-App film machen. Ja. Einen haben wir bereits gefunden, BTW. Oh. War in der letzten Truhe drin. Wir werden nie wieder zurückfinden. Doch, ich bin... ...guter Dinge. Wunderbar. Sackgasse. Auch Sackgasse. Perfekt. Äh, da hoch oder gehen wir in die Richtung? Das Eisen weg. Das Eisen. Nee, es ist Gold. Ist egal, passt. Oh, hier geht's runter. Dann können wir diese... ...Geschichte als abgehakt erledigen. Ich habe das jetzt zugebaut. Ja. Sollten wir checken. Ui, geht das weit runter? Hier, es geht. Help! Sorry. Oh, ja, sollte ich mit Kies bauen vielleicht? Was? So. Auf welche Höhe sind wir gerade? Weiß ich nicht. Minus 31. Okay, hier ist nix. Also, wir sind auf einer Höhe, wo wir sogar wahrscheinlich... Hast du es gefunden? Hey. Hey. Huh? Am I right or...? Yes. Ich wollte gerade sagen, auf dieser Höhe finden wir wahrscheinlich keine Diamanten. Ich habe mich ein bisschen bewildert. Ähm. I don't want to fall. Und jetzt ein Skelett. Zack. Beide tot. Alter. Ja, da werden wir auf jeden Fall tot. Wollen wir es einfach zubuddeln? Nein. Okay. Ich dachte, ich versuch's mal. Ups. Verdammt, ganz hoch. Na, dann. Äh. Du hast es irgendwie mit wo reinrennen? Das war so knapp. Das tut mir leid. Das ist mein neues Talent. Ich liebe das. Hm, eine Spitzhacke im Rücken wollte ich auch schon immer mal haben. Ja. Huch. Ne. Ne, war schon richtig. Und hier ist nix. Oh, Moment. Hier geht's noch weiter runter. Hab nix gesagt. Ups. 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 Geht's dann noch weiter? Das sieht doch noch aus. Perfekt. Sackgasse. Oh. Perfekt. Cool. Hat sich richtig gelohnt. Nein, ich wollte die Fackel auch mitnehmen. Bitte, danke. Ich lass mal das. Hm, hm. Hey, hier ist direkt der nächste Gang. Hä? Okay, hat sich nicht gelohnt. Hä? Kannst du direkt wieder zumachen, die Scheiße. Ja, ich hab kein Stein mehr. Oh. Warte. Gar kein Stein mehr. Das ist etwas suboptimal. Findet sich bestimmt wieder was. Okay. Lohnt sich auch nichts. Oh, äh. Oh. Es ist einmal ein Rundgang. Gut, ich klau mir ein bisschen Stein. Das meinst du mit Rundgang. Okay. Ja. Ich dachte, du meintest den Rundgang, wo ich rund gegangen bin. So. Ein bisschen Stein ist wieder da. Ah. Hier geht's wieder hoch. Wir waren jetzt hier unten in jedem Gang. Ja. Ja, aber es geht noch hier weiter. Du musst dir nicht deine Füße brechen. Äh. Okay. Oh, gold. Oh, gold. Oh, gold. Und beim nächsten Mal. Oh. Oh, gold. Oh, gold. Oh, gold. Oh, gold.